Hallo meine lieben Kinder, jetzt kommen die Tätigkeiten. Teil 2 Was macht der Großvater? Der Großvater sitzt. Was macht der Junge? Der Junge lernt Mathematik. Was macht das Baby? Das Baby spielt Lego. Was macht der Großvater? Der Großvater sitzt. Was macht der Junge? Der Junge lernt Mathematik. Was macht das Baby? Das Baby spielt Lego. Was macht die Mutter? Die Mutter steht. Was macht der Vater? Der Vater kommt. Was macht die Großmutter? Was macht die Großmutter? Die Großmutter kocht. Was macht der Großvater? Der Großvater sitzt. Was macht der Junge? Der Junge lernt Mathematik. Was macht das Baby? Das Baby spielt Lego. Jetzt wiederholen wir ein bisschen. Meine Frage wäre die folgende. Wie ist. Wie ist das Baby? Wie ist das Baby? Das Baby ist jung. Wie ist der Großvater? Der Großvater ist alt. Wie ist der Hund? Wie ist der Hund? Der Hund ist klein. Wie ist der Hund? Der Hund ist groß und dick. Wie ist die Tante? Die Tante ist dick. Wie ist der Onkel? Der Onkel ist dünn. Dankeschön. Das war's für heute. Tschüss.